jetzt hinter der kiste und eine muss raus ich habe noch jetzt noch ein team das mit hier kann schon ganz kurz aufs klo gehen das war jetzt abgelassen schon wieder kurz vor eins also die weg fertig und aniert diesmal hat man noch nichts gehört er kommt rein ja ich sehe direkt schützen hinter der welt das könnte auch das gleiche sein aber ja alles gut ist ja auch geschossen ja egal damit kennt sich daraus aber manchmal sind solche dinger sind auch ganz lustig kann man da oben auf mich auf mich zu schießen und da hinten steht der nächste ja auch auf der scheiß treppe steht bei ja also mein aim ist gerade so scheiße mein aim war gerade so mies unfassbar ja auch ich musste machen schon wieder durch die scheibe macht gar keinen sinn wirklich durch die scheibe erschlagen und er lädt nach das hat schon gerade ich habe doch gesehen wieder einer von euch ich glaube riko war das über die bauer da gesprungen das ding da gesprungen ist ja wenn das ding gesprungen ja welter stadt dann der nächste alter an der treppe jetzt auf die straße ok das war eine granate die europa kommen wir schießen mich nur ein erwischt ins medien treff nie ist ja so wie das sex zwischen dir und problem ich habe nur die tür gehörte mit der grund weil ich wusste es da wohl auch was rotes rumläuft und auf mich wurde geschossen kevin kennt sich damit aus im treppenhaus kämpft der morgue ist ja schön für dich das heißt man den richtigen haben wir noch im rücken okay wir haben schon eine ganze weile dann ja ich die auch noch kopf okay das bin ich als richtung muss hoch aber nun kommt der herr tut mir leid daher wir haben geschlossen keine überweisung sie kommen sie bitte eine interne versammlung okay 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 Bis zum nächsten Mal. ich wollte ich sage ich habe ich habe keine ahnung die sind ich wollte sagen da bist du da steht da in der ecke rum enrico zu schämen das war ja auch gerade ich habe schon wieder eine blöde vorahnung ich weiß wo der trikot steht aber ich weiß nicht wo marcus ist das ist das problem ok ok verdammt ich habe es gesehen wo der herkam ich kann mich so schnell hoch bei der waffe auf dem kopf maurus bist du noch da ja ich bin noch da da steht irgendwo in der gegend rum ich habe keine ahnung wo steht denn der er steht unten in der lobby und wartet vor der tür nein das bin ich gewesen das ist nicht wahr aber weißt du was blöd ist man sieht dich halt nicht ich sehe es halt nur im film aber ich sehe es nicht es ist einfach ja glaube ich was du hast die bank verlassen nein nein er ist unser bank wird er dahin gehen wo ich gerade war ich schieße nicht ich hatte recht aber halt bin gesehen nein ich habe die bank verlassen was willst du machen scheiße ist das geil also du stehst du echt im treppenhaus oder was doch da kann ich ja hier oben bleiben wir gewinnen ja hier du hast dich angezeigt auf der dinge ob das dem normalen lobby dinge auch geht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich würde wohl da reingeblendet oder so äh der kürzl ne wenn am augustrupp die ganze Zeit bleibt das verfeite ich wollte die ganze Zeit abknallen den Hund den ich wollte eigentlich nur das geländer drüberspringen und auf einmal kletterte er auf die landbau ich so was ist hier los da bin ich da anstecke für die jugend ich wollte das gar nicht das war gar nicht geplant der sei mit dem scheiß glitsch weil damen und herren das war so nicht gewollt ja ja klar voll gecheatet und so oder warum cheater haben kleine schwänzer aber ja das ach deswegen läufst du als frau rum Sven Mensch jetzt also jetzt haben wir doch die Höhle gefunden der ist so klein der geht nach innen bei ihm er hat nur eine große Klitoris so warte mal ja ja ja